Sie waren ja dieses Mal in der Jury. Wie anstrengend war der Job für Sie? Das war schon Kampffernsehen. Also wir haben einen Teil des Urlaubs damit verbracht. Das waren ja 50 Filme ungefähr, die alle 60 bis 90 Minuten lang waren. Also das war schon eine gute Woche Arbeit, aber hat Spaß gemacht. Sehr ernsthafte Themen und exzellente Schauspieler. Also insofern, wen immer es heute Abend trifft, es trifft den Richtigen. Sie haben also mit entschieden? Ja. Sehr interessant. Haben Sie den Favoriten, also ganz persönlich? Also es ist wirklich so, dass die, die wir ausgesucht haben, die nominiert wurden, bei denen bin ich bei allen glücklich, dass sie es werden am Ende. Ich habe persönliche Favoriten losgelöst davon, dass es ZDF-Filme sind. Und, und, und? Die Hebamme und Liebesjahre. Drücke ich ja die Daumen. Danke. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß heute Abend. Und, … Erschang. Untertitelung des ZDF, 2020